So, man sieht noch nicht viel, aber gleich. Denn nachdem jetzt dann der Bomben-Simulator abgelaufen ist, er ist fertig, gibt es nun etwas Neues. Und zwar den Ford Truck. Also, vom Ford King zum... Hey, lass das. Vom Ford King nun ein... Äh, vom Looter King nun ein Ford King, so. Spielweise Deutsch. Ist in Ordnung. Ton? Vielleicht ein Ticken leider? Auf 50 Reiter, oder? Da. Bildschirm, barmlos, der Fertigungs- und V-Kennlichkeit, Sichtwert, alles gut. Grafik. Episch. Man kommt, es wird nicht so funktioniert. Steuerung, in Ordnung, aufhören. Ach nee, Autoren. Ah. So, wir laden. Ah, da haben wir hier eine Demo gespielt. Am 17.06. haben wir die gespielt. Aber wir fangen natürlich jetzt einmal komplett neu an. Viele Wege findet die Stadt. Du kannst die Hauptstraße nutzen, oder die Abkürzung versuchen. Achte aber auf Hindernisse. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Ja, dann machen wir die Arbeit. Willst du meinen PC? Anpassen. Jetzt können wir mal ein bisschen mehr machen, glaube ich. Dann die Farbe unseres Trucks. Wir fangen an mit Grün. Ja, ich auch. Ich muss mal eben hier. Die Steuerung. Grafik. Motion Blur. Motion Blur. Aus. Blumen. Dann bleiben. Ich lasse es jetzt mal so jetzt. So, wähle ein Layout. Auch hier? Auch hier? Ah, hier. Aussehen. Food, Foodtruck. Awesome. Delicious. Pallet-Table. You're gonna freaking love it. It's so unhealthy, but I love that Foodboy. Ja. Abton auch noch. Ah. Eher in Rot. So. Da. Das nehmen wir. Äh, annimmt. Repariere die Plattenreifen. Das sieht auch Katastrophe aus so. Neue Geräte für meine Küche. Neues Rezept. Burger. Käseburger. Burger. Bacon-Burger. Tomaten-Burger. Cheese-Tomaten-Doppel-Cheese-Burger. Cheese-Tomaten-Burger mit Bacon. Hell yeah! Und einen Kühlschrank. Kaufen. Kaufen. Ja man. Viel viel besser. Schau dir das Album an. Äh. Clara. Ich bin ziemlich sicher, dass er eine Stadt-Map hatte hier irgendwo. Eine Straßenkarte. So. Das ist unser Foodtruck. Sicke Sache. Dann endlich nicht mehr in der Demo. Und ich hoffe auch flüssiger vor allem. Fusion FM? Na. Ach so. Damit kann ich Dekorationen finden. So. Wir haben eine Stadtkarte. Ah. Ja. Und ich erinnere mich an dieser Shop. Ich glaube, die alte Clara ist noch im Geschäft. Die Clara. Bauen wir das Radio ein. Das mache ich auch über äh. Macht sich glaube ich auch über Dings, ne? Nein. Ein Rad ist noch nicht beim Fahren. Kaufen. Während du mit deinem Truck wärst, kannst du Musik aus dem Radio hören. Drücke um dem Sender zu wechseln und schalt das Radio an und ausgedrückt halten von Air auf das Senderball. Okay. Hey. Hey, Kind. Ich wusste, wo du warst. Oh, Clara. Es ist gut, dass du deine Sprache hören kannst. Ich wollte dir bedanken, dass du alles für deinen Vater zu tun hast. Du weißt, ich bin immer hier, um Hilfe zu helfen. Ja, ich weiß. Ich habe es sehr geprägt. Ich habe eigentlich etwas, um dich zu beginnen. Schau mal auf den Shop-Tab auf deinem PC. Und du wirst, was ich meine. Jetzt haben wir neue Reifen freigeschaltet. Ich habe mich gerade so nebenbei gesehen, dass man so, ja, gut, wenn ich jetzt hätte. Entschuldigung, kann ich mir doch eine, äh, eben holen. Juhu. So. Oh, okay. Ja, ich bin mir sicher. Oh, okay. Oh, das läuft schon besser aus eben. Läuft immer noch sehr, sehr ruckelig, ne? Ja. Oh. Hätten sich ja gerade so weiter wagen. Oh, egal. Das ist so nett von Dad und ich. Es wird großartig zu sehen, dass du eine ähnliche Gesichter sehen kannst. Oh, schön, oder? Du siehst, er ist äh... Du hörst bei uns an sich, das ist ganz geil, oder? Ah... Danke! Natürlich! Danke, Clara! Errungenschaft! Arriba! Okay, das hier... Fleisch kommt auf jeden Fall in den Kühlschrank. Gut, gut! Fleisch sollte immer in deinem Kühlschrank sein. Remember that, if you wanted to stay fresh for longer. Uh... Probably should save the fridge for the buns for something else. That's right. Buns can easily go on your shelves. So. Das sollte so okay sein. Käse, bacon, tomaten und in den Kühlschrank? Ja. So. Du kommst bei meinem Shoppen. Any time. As long as it's open. Do you remember that ordering from your garage first will get you a nice discount. That deal I had with your dad still stands. Oh, yeah, yeah. I remember. I'll try to keep that in mind. By the way, you know Serenity Park. The one you and Dennis used to play out when you were little. Lots of people. It's a great place to set up. You know. You should check it out. You should check it out. Let's go. Check it out. But I just wanted to know. Let me show you the question. Maybe I'll stop at it soon. Okay. Hey. Hey, hey. What's happening? Hey. Oh verdammt! Ich dachte, sie können es abzubrechen. Ergungschaft! Stand out! Stand out! Kann ich das Radio anstellen? Cheeseburger mit Bacon. 100 Sekunden für Cheeseburger mit Bacon. Knuspriges Brötchen, Fleisch gut durchgebraten, Bacon gut durch, Tomatenscheibe, Tomatenscheibe, Scheibenkäse, Knuspriges Brötchen. Leute, das wird so richtig richtig witzig. Pass auf. Ich werde das so hart verkacken. Uh, Gas Machine, Gas Machine, hier. Okay. Bacon und Fleisch. Bacon und Fleisch. Wir haben die Flasch gut durch. Die Flasch gut durch. Sie sehen die Tabletabler? Die Brotabler jetzt, wird es dir Zeit geben. Okay. Wo habe ich ihn? gut durch gut durch muss beides gut durch gebraten sein ich warte eben drauf weil ok fleiß fertig und bacon auch muss das da ok bacon fleisch haben wir brauchen bürger anstatt hier auch egal einmal bürger zack rolling pin ok ok nice cutting knife adem zu drehen eq kamerabinger zu schneiden ok haja ach du willst auch noch oh ne tomatoes so habe ich untere welches ist das untere ja 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 ich weiß schon mal was Ach, mehr geht nicht? Oh lol. Okay, erst mal nichts auf der Hand. Ich habe nur eine Tomaten-Therbe jetzt. Ah, warum nur eine? So, ich habe heute gemacht. Aha, okay, jetzt habe ich ein paar mehr. Ah, nice, perfekt. Okay, ähm, Burger. Ich wüsste, dass ich jetzt gerne noch, weil ich meine, dass ich den Hechtkel wieder auskomme. Brötchen, Fleisch, Bacon, Tomate, Tomate, Käse, Brötchen. Brötchen, Fleisch, nein, nein. Ach, schätze, ja, gut, kann ich mal. Ja. Oh, Gott, er braucht noch eine Brötchen, das sagt, noch ein Brötchen. Ach, Mensch. So. nochmal hier. Einmal. Hä, falsche Burger? Hä? Warum? Da oben. Ah, man kann das reinlegen, okay. Ach so. Da habe ich Käse noch. Ah, okay. Steady Debüt. 15 Euro, äh, 15 Dollar Geld und 2 Euro, äh, 15 Dollar bekommen und 2 Dollar Trinkgeld. Ja, cool. So, Brötchen, da habe ich schon, Fleischroh, Tomate und 2 Mannheim. Fleischroh, Tomate, Tomate und Burger. Äh, Martenburger. Errungenschaft, easy money, ja geil. Ein Premium Chiefs Burger, äh, das heißt mal das Brot schon machen. Jetzt, aber jetzt kommt ein bisschen Stress, glaube ich. Jetzt muss ich mir das Tempo dann gewöhnen. Kann er doch jetzt auch am bleiben. So, Fleisch, Medium, Speck, Medium. Fleisch, Medium, Speck, auch Medium. Und eine Schärpe-Käse, okay. Ein Stück Brötchen, noch ein Stück Brötchen, kann ich jetzt zusammenlegen, das ist geil. Zweites Medium gebraten. Genau, und einen Käse dazwischen. Medium gebraten. Medium gebraten. Dazu noch eine Scheibe Käse. Und fertig. Äh, Bestände 3. Fertig. Ja, natürlich. Easy Goi. So, hast du? Burger, Fleischroh, Bacon gut durch. So. So. Fleischroh angebraten. Bacon gut durch. Greiföre, Fleisch,агbrat und Burger hier hin. Ich gebe jetzt den Burger schneiden. Zack. Kommt darauf. Was war jetzt Fleisch? Roh. Äh, roh gebraten. Und bacon gut durch. Brötchen, anderes Stück Brötchen, äh, Video gebraten? Ne, gut durch. Ja, jetzt kann ich nicht reinkommen, das ist ganz geil, dass man das hier in der richtige Reihenfolge machen muss. Ich war jetzt mal auf den Ei nehmen, weil der ist nicht fertig. Gut durch, so, äh, das war jetzt der, äh, Bacon Burger. Bacon Burger, bitteschön, Herr Rumpf auf Greenhorn, Bacon Burger, erstmal, schnelles Brot, äh, gleich mit dem Speck Medium, da bin ich nicht richtig, bin dann am Arbeiten, Käse, so, äh, das ist was dein Vater wollte, aber, besitze mich wieder, jetzt, dass du ein bisschen Geld verdienst, du musst es in die Karte geben, um es in die Karte zu erstellen, wird dir einen schönen Discount, und je schneller du hierher bekommst, desto größer der Discount wird. Bis zum nächsten Mal. Klar, jetzt muss ich hier. Kannst du währenddessen auch machen? Okay, jetzt erst muss ich erstmal weg. Medium. Medium. So. Vielleicht, warum? Ah, ich hätte die Käse vergessen. Ah, nein. Aber what happens? Ah, Käse vergessen. Nooo. Ah, die Klappe. Jeder Mensch hat einen Fehler. Ja. Kann ich hier wieder in die Küche tun? Tut man ja wieder in die Küche? Ja, nice. So, Fahrraddruck in die Stadt. Äh, wie mach ich denn wieder dicht? Ah, okay. Ah, das war unser erster Tag. Ei 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 путestellt. Gyasi verg TC Auckland investiert. Na schauen wir uns mal! Hätte ich gerne ein bisschen reingezoomt Nachtclub 0 bis 23 Uhr Pommes und Burger mögen die gerne Fahr zur Garage Versuche Clara's Laden Erstmal fangen wir zu Clara Fortschrug ist so wie breit als ich dachte Was hübsch du da bist du doof oder Kann ich auch blinken Nö So hi Clara So Ich brauche alles So Burger Brötchen Regal Nein vielleicht nicht Kühlschrank 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 Propangas Tank Ganz egal Zwiebeln ins Regal Pommes Den Gefrierstern Den ich noch nicht habe Ah Erstmal den Kühlschrank Ich habe die Hoopendro hier einmachen können Wir haben die Hoopendro hier einmachen können wow ich finde diesen wackelkopfhund mit der kippe im maul immer noch mega cool ach der dennis der liebling von den entwicklern ohne schauß so ein paar sorgen hier fritteuse kaufen gerade das auch noch geschenkt von ihr gefrierschrank kaufen ja oder inventar jetzt hier mal schnell hier kühlschrank die pommes kommen in den gefrierschrank halten sie auch besser julio naja wo ist denn das die nacht klopps ohne und schon nacht wo ist man da gibt es eine uhrzeit naja ich bin auch ein boss aber die lenkung an sich ist eigentlich mega cool von dem von dem auto lkw muss ich sagen an sich ist die eigentlich echt gut gewöhnungsbedürftigen aber gut mal da ist der kloppt ne ja komm ich denn hier rein ah nice willkommen willkommen am nachtclub wo es auch pommes gibt meine scheibe dreckig der nächste stress kann beginnen leute let's go let's fucking go äh licht an ach hier propang das noch da so wer ist bestellung haben wir es frittiert ja bitte äh öh hab ich hier ne frittenfett äh 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 okay äh 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 Ketchup Fritzierte Pommes haben genau Es läuft um einiges besser als in der Demo und das finde ich schon mal richtig richtig gut Booyaka So was haben wir denn was für die Bauernburger Fleisch drauf Bacon Big D Dennis No way Is he running his own truck? That's not something that Dennis I know would do Bacon So erstmal anmachen hier Burger 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 Dann mal schnell schneiden Mal drauflegen Das Fleisch soll Bacon gut durch und Fleisch also Fleisch roh und Bacon gut durch Fleisch roh und Bacon gut durch Fleisch roh und Bacon gut durch Das bräuchte Brötchen Zwiebeln bräuchte ich auch noch Gut durch Burger Braten Zwiebel 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 Александ Well ...eine geschnitten werden... ...eine... ...eine zweite und Ketchup. Noo, jetzt ist zweimal Ketchup! Nein! Egal. Äh... ...Auftritt 2. ...Auftritt 2. So, nächstbestellung... ...Crimine Cheeseburger. Medium roh, medium gebra... äh... medium medium gebra... okay. Perfekt. Ich wollte noch Speck mehr auf medium. Ein Brötchen, was gut durchsachen muss. Aber... ...zack... ...schneiden... 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 ...komm ich mit dem... ...zack... ...zack... ...schneiden... ...zack... 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 fertig. So, die Pommes sind noch hoch, fritziert, äh komm mal die Klappe, jetzt halt wirklich. Senf, Mayo, dann würdest du Pommes alles haben, ne? Einen Moment. So, ich hatte mal schnell so getrunken, ähm, Bacon Burger. Fleischroh, Bacon gut durch. Fleischroh, Bacon gut durch. Brötchen. Oh, fuck. Ja, gut. Fleischroh gebraten. Bacon muss gut durch sein. Alte Brötchen. Noch ein Stück Brötchen. Und nicht Bestellung. Äh, Pommes. 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 Machen wir sofort. Bestellung für. Einfach nur Pommes. Nix anderes. Ja dann. Lass, ich kann nur die Pommes verpacken rausholen. Läuft doch langsam. Also diesmal läuft das letzte Mal. So, fritziert die Pommes, sag. Bada bada. All right. Pretty much what I ask for. Ja. Dreifache von für Mayo. Okay, können wir noch schnell hin. Okay. Time to clean the fries machine. I think I need to start with oil. Auch, ne? Mit Führung und Rennung. Ja, machen wir gleich. Äh, zwei Burger. Äh, zwei Burger. Nice one. So. Tomate, Fleischroh gebraten. Achja, so. Brot. Brötchen, Brötchen. Tomatenschönbräu auch noch. Äh. Äh. Eins, zwei, drei. Zack. 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 Fleischroh gebraten. Nuspriges Brötchen. Nuspriges Brötchen. Nuspriges Brötchen. Tomate, Tomate und Fleisch. Tadam. Tadam. Sehr schön. Easy golden, easy golden. Von Claro. So. Äh, das gebrauchte Öl entsorgen. Die ist noch ohne, dass ich Probleme hatte. Geil. Naja, sieht jetzt scheiße aus, ja. Kann ich ja nicht das hier da reinlegen? Okay, ich hab so ganz viele Scheiben schon vorbereiten. Auch nice. Oh, dann kann ich ja noch mal so mich jetzt hier so hinstellen. Oh, Entschuldigung. Ähm. Ist einfach hier so hinstellen. Und quasi schon vorschneiden. Ey, wie gut, ey. Das ist nice. Das ist richtig cool. Ähm, so. Alles aus. Ja, wir sind durch. Nice. Ab nach Hause. Unser erster Arbeitswerk. Boah. Nice, nice, nice. Was ist das? Oh, ich bin aus dem Freitag. Es ist Freitag. Freitag! So ist freigeschaltet. Neues Autoteil. Lechtern, Karle. Weißt du nicht, wo ich lang muss? Ich glaube, man war hier. Ohhhh. Ah. Wie spürtet's alle? Ähh. Hier tatsächlich Hä Gott ich muss jetzt mal dann gehen Gott Damn it Ups Irgendwo hier war die Tanke Da vorne war die Kann ich hier tanken? Muss ich überhaupt tanken? Scheint nicht so oder? Wofür ist uns dieses Fragezeichen hier? Ja dann halt ja ich würde sagen Fein aus Wenn man nicht tanken muss Vorsicht lady Sorry Tut mir leid Tut mir leid Mensch So Geschafft Der erste Arbeitstag Dann schauen wir Hey kid Are you back at the garage? You need a bit of a refuel don't you? Don't worry just take the jerrycan Should be somewhere around Fill it at your fuel barrel And then you can refuel your truck Habe gewonnen Habe gewonnen Äh Ach hier Ah geil Wollt ihr Wollt ihr gucken? Ja Wollt ihr gucken? Wollt ihr gucken? Ja Ich wollte dich doch 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 Oh Wir haben so ne geile Bude hier ne Oh dann wird es denn so ne geile Bude hier ne Das haben wir uns selber schon mal angeguckt beim letzten mal Habe alles werbung für ihre andere Spiele Ich auch noch alles spielen muss irgendwann Wir spielen was? Ah Spät genug Ah Einmal hinpacken Ach ja